Wer war's, der mich berührte, wachte der kühne Mann, und wie er um sich blickte, da traf er niemand an. Er sprach, ich bin es Siegfried, der Geselle dein. Sein schönes Haupt erhob sie mit ihrer weißen Hand und küsste so den Toten, den edlen Rittergrund. Ihre lichterne Augen, vor Leide weinten sie Blut.